Ja, servus Leute. Mir ist durchaus klar, drei Videos an einem Tag zu einem Sachverhalt, das ist ein bisschen nervig. Es geht nochmal um die Explosion, die in Neuss durch ein Elektroauto laut Angaben von Polizei und Sachverständigen ausgelöst wurde. Und es kommen immer wieder mal ein paar Nachrichten von euch und Infos. Dafür vielen Dank. Ohne euch wäre ich jetzt auf nachfolgende, dem Boulevard zuzuordnende Informationen nicht gekommen. Nochmal, das hier ist jetzt Boulevard. Ich blende das auch extra hier oben irgendwo ein. Damit jedem klar ist, das dient jetzt nur noch zur Unterhaltung. Das hat jetzt mit der eigentlichen Recherche da von dieser Explosion im Zusammenhang mit dem Elektroauto nichts mehr zu tun. Sondern das hier mache ich nur noch zu Unterhaltungszwecken, damit wir ein bisschen was haben, über das wir quatschen können. Also so stammtischmäßig. Und zwar hat mich der Lukas auf einen interessanten Link hingewiesen, der ihm von seinem Schwiegervater zugespielt wurde. Vielen Dank, lieber Schwiegervater. Das dient dazu, dass wir ein bisschen spekulieren können. Wie gesagt, Boulevard, Boulevard, Boulevard. Ja, und ich habe also Folgendes geschrieben auf Twitter. Das explodierte Elektroauto-Noise treibt mich um. Das ist so. Ich komme irgendwie ein Klader drauf. Ich bin Elektroauto-Fan. Und ich will einfach nicht wahrhaben, dass das Elektroauto einfach so eine riesige Explosion verursacht. In der Straße wurden scheinbar im Oktober 2022 die Gasleitungen erneuert. Ist das ein Zufall? Die Aufnahmen habe ich aus Google Street View. Das dürfte das Objekt sein. Ich habe das unkenntlich gemacht. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, was rp-online.de im Februar 2022 berichtet hat. In Rosselen werden Gas- und Wasserleitungen neu verlegt. Und das Ganze fand ab 21. Februar auf der Gierer Straße in Rosselen statt. Da wurde eine 600 Meter lange Gasleitung wohl verlegt. Das war also im Februar 2022 eine Meldung. Da auch noch als kleine Zusatzinfo nochmal der Artikel vom 29.8. auch von rp-online.de. Die Ermittlungen zu der verheerenden Explosion in einer Garage an der Gierer Straße dauern weiter an. Fest steht nun jedoch, die Detonation wurde durch Gas verursacht. Jetzt wissen wir aber, dass das Gas durch das Elektroauto produziert wurde. Das auch nochmal als Randinformation. Und ich habe mal versucht, auf Google Maps herauszufinden, wo dieses Unglück, dieses tragische Unglück, bei dem Gott sei Dank niemand verletzt wurde, wo das stattgefunden hat. Und ich bin auch tatsächlich fündig geworden. Hier diese beiden Satellitenantennen, die sieht man auch auf dem Foto von rp-online. Also ich bin mir relativ sicher, dass das das Objekt ist und dass das hier die Garagen sind, die dann so stark beschädigt wurden. Muss man sich mal vorstellen, dass Gas aus einem Akku von einem Elektroauto in der Explosion ausgelöst hat, die diese massiven Fertiggaragen, ich glaube das sind Fertiggaragen, so zerfetzt haben. Also das ist schon echt unglaublich. Und man sieht hier Bauarbeiten und wenn man über die gesamte Straße mit Google Street View fährt, sieht man auch, dass hier überall Keys zu sehen ist. Also dort Arbeiten auf jeden Fall vollzogen wurden. Und ich habe noch einen zweiten Screenshot gemacht. Hier sieht man das auch nochmal. Das ist also alles in dieser Straße. Natürlich weiß ich nicht, welche Arbeiten dort vorgenommen wurden. Aber dieser zeitliche Zusammenhang zwischen der Erneuerung der Gasleitung in der Giererstraße und in dieser Seidenstraße dann die Bauarbeiten im Oktober 2022. Also diese Street View Fotos sind laut Angaben von Google im Oktober 2022 entstanden. Ich weiß nicht, ob diese Zeitangabe richtig ist. Aber interessant ist das schon. Ist es denn wirklich komplett ausgeschlossen, dass so eine Gasleitung, die vielleicht erneuert wurde, an der gearbeitet wurde, ich weiß es nicht, dass die eventuell auch Gas verliert und sich Gas dann auch in so einer Garage ansammeln könnte, wenn die länger geschlossen ist? Das ist also eine Frage für den Stammtisch, die ich hier mal in den Raum werfe. Wie gesagt, das hier ist Boulevard. Das hat nichts mit Recherche, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Das dient einfach nur eurer Unterhaltung. Ich habe noch ein, zwei Presseanfragen laufen in dem Zusammenhang, wo ich noch ein bisschen tiefer in die Sache einsteigen möchte. Das ist dann wieder Journalismus. Das hier ist Boulevard, Boulevard, Boulevard. Gut, da habt ihr ein bisschen was über das ihr diskutieren könnt. Unter dem Video habt ihr die Gelegenheit dazu, euch auszutauschen. Ansonsten war es das für dieses Boulevard-Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und da war es wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Boulevard-Video. Bis zum nächsten Mal.